Herzlich Willkommen zu einer neuen Aufnahme und wie ihr seht wurde direkt schon ein Match hier gefunden und ja wir spielen Kale Yee weil ja wir haben wieviel Games jetzt gespielt Kale Yee beziehungsweise ja ungefähr 20 mit vorgestern und da das so gut funktioniert hat wollten wir das euch jetzt mal zeigen wie krass das ist und ja erstmal schön Kale picken hier der gute Simon Neverlande der heute mit uns zockt der war gestern schon so spendabel und hat mir den Legendary Kale Skin geschenkt Props gehen raus an dich mein Junge kommst doch in die Videobeschreibung wow das hat sich 100 pro gemacht für die 10 Abos ne naja jetzt wahrscheinlich bleib ich bei mir naja ich weiß was ich mit Youtube machen ja mach wie du denkst ah endlich mal ne Frontline gut Blitzy find ich toll naja Blitz Frontline ja Junge Mensch ähm ich muss mir kurz mal meine Nase putzen es tut mir leid meine Zuschauer ich werde das rauskacken keine Angst bin halt nun mal erkältet und ihr wollt ja nicht mein Geschnaufe Mikrofon hören nehme ich an ich glaube das ist wieder ein schönes Matchup für Mikaels ja also Leute hier die Runden trügen by the way ach so ich muss ja wieder zurückstellen ich favorisiere persönlich Arry äh dann die Ultimate Head Transcendence und ich mach meistens noch Gathering Storm und dann hier diesen Crazy Support Baum Futures Market und so so und jetzt müssen wir log in ja ja stimmt da seht ihr diesen Latin Devil Skin der nur so vor Schönheit trotzt ja nein so 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 ... die nein so 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 ja ich hab die genung das trotzdem so leute kleine planänderung falsch aber trotzdem eine win sein passt wieder das internet geht ja so ich bin so ein honobild player so gut jetzt kann ich auch noch schön hoffentlich für top lane entspanntes haben nicht so wo die bevor wir den tower und wir spielen support kyle also der plan ist dass einfach die ganze zeit da ist und die team falls durch basiert und sterblich ist leute nein nein und das hat schon einmal durch diese schönes ging es der kreis aus der blitzkrank der hat den unsichtbar gehoopt also der die ich nicht gesehen props an den blitzkrank sind da ich bin durch gestern einfach mal zwei division aufgestiegen nämlich im flex von silber 5 auf silber 3 dazu gekommen aber du bist ja eben und wir möchten auch nicht denken welche drin sondern doch überwachsen den weh aber nicht ich muss kurz mal eine videoeinstellung darstellen weil die auch noch mal gerade lebt es tut mir leid ist So, wie macht's jetzt? Jetzt kommt es an Schirmt. Upsala. Nice, gläfft mich. Good job. Ja, jetzt müssen wir mal aufpassen. Das ist P-Straub. Ich hab's geflasht. Hast du noch geflasht? Nein. Gleich geht's Base und war schon mal hier in Barger Regen. Hm, das ist das Ding in Berlin. Ja, bei einer 4er sieht man eigentlich immer durch, gestern hat es ein Ziebicke, oder der hat sich Trakta gewollt und hat das mal gebeten. Ja, ein nicer Troll, der Ball. Trakta schön, fand halt übel gut. Ja, der hat aus dem Rücktritt gebraucht, Junge. Hätte das nicht noch irgendwie, keine Ahnung, Hicks trinkte oder so. Ich glaube, da ist noch ein Lashiest. Shen hat Level 6. Ja, und ich bin echt am Schärm. Schön, wenn du immer deinen Torn verkackst. Ja, aber klar, klar, wenn man alles misst, aber es dann trotzdem nicht schafft. Finde ich gut. Ja, wenn du bist los, trotzdem nervig. Ja, Hälfte. Aber scheiße, ich bin echt. Ich habe 6. Ja, ich habe 6. Ja, ich habe. Ich habe noch ein Lashiest. Ja, ich habe noch einen Lashiest. Ja, ich habe noch einen Lashiest. Der kommt, der kommt zu der Welt. Vielleicht gehen wir noch die. Wie weiß ich. Ich habe einen Lashiest. Ich habe einen Lock für dich. Ja! Verdammt, der kann mir Elektro сказieren. Okay, wir haben 2 für einen geholt. Ja. Ja, ich habe einen fortgefühl. Okay, das ist okay. So, wo wir schön die Lane noch auspushen und dann... Nix und dann! Gut, na? Ähm... Ja, ich sag hier schön, mein Dark Harvest, dass ich auch gehandelt mitnehmen würde. Pfff... Ich bliefe es hin und so, ne... Dark Harvest. So, mit dir zusammen am besten noch. Okay. Ich hab dann auch noch... Solange ich ja noch kein Ulti wieder hat. Stimmt. Das ist echt gut. So, dann hab ich das auf. Das ist ja auch. Quatsch... ... ... Warum geht der Essie weg? Na, das ist immer so... Wie ist das? Das ist ja auch nicht so, wie das ist. Das ist nicht... So ist es nicht... So ist es nicht... das macht die Okay. wir gewinnen Achtung! Ich bin ein Brot, aber... ...ich kann man nur noch 2 Gold... ...ich will nicht doch nicht... ...ich will nicht... das geht theoretisch noch was kommt schön ist das ich glaube ich Ich weiß nicht, was ich verhindern habe, aber falsch. Hier, hier, hier. Oh. Oh. Ich denke, alles passiert auch schon. Aber da habe ich noch gar keine 20 für jetzt. Jetzt auch. Pass auf, da kann ich den Schimmel gar nicht kurz. Die machen... Ja. Alles klar. Abfinde. Oh, wollte ich gar nicht, sorry. Ja. Aber dann vielleicht. Ja, wenn er wiederkommt, aber lass ihn erstmal gehen. Ich hab halt nur... Ich hab halt nur... Hm-hm. Ich hab nicht ein bisschen mit dem Jumel gehört. Und da hat er einfach noch Schellen, also Schellen. Na doch, ohne Torn. Du nimmst die Wave? Ja, ich platziere den Punkt einfach. Ich mein Schellen ist hier. Und hier. Alles klar, das macht ja Öl. Ja. Bödes Torn, es bringt uns ja anzugreifen. Das heißt, du kriegst auch Zora. Ich hab Zora. Ich hab Zora. Du jetzt hatte kein Torn. Ich hab Zora. Ja. Ich tank für dich. Ich kann nicht länger tanken. Ja, ne. Die Leona. Ich hab Ulti. Die Leona feite ich nicht. Ich hab noch Ulti. Ah, ne. Ich hab halt kein Manga mehr. Ja. Ich weiß nicht mehr. Kommst du weg? Ich komm weg. Ja, ich. Wenn ich jetzt noch scherbe, das ist mein Fehler. Kleine Rotation. Ich baue Dings hier für dich, da brauchst du keine. Okay jetzt? Ja. Ja. So. Keine Ahnung. Evelyn Traum. Jonas. Dann. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Wir gehen mal weiter. Topline-Druck aufbauen. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Would be great, wenn ich den. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Hast du Ulti? Ja, ne? Ja. Komm mal, bitte. Nicht wie ich hab's. Alles klar. die drei die alten die alle nur leider nur grühe ne das bin ich ne das bin ich das ist nicht so das nix ein Label spazier ne ja wir sind das keine Thema Was für ein Gemütze. Hier ist eine erste Linie. Ich habe Ulti, wie gesagt. Du darfst reinnehmen. Ja, aber... Das sind zwei Tanks mit Stunts und der Flinderte. Oh, wie ich den Torn getoppt bin. Ich habe es gleich gemacht. Da. Ich habe kein Heal. Er ist in drei. Lol. Der ist ja leider zu gut hier leben. Ja, aber... Ich gehe Top-Lanes Pressure, okay. Geh weg. Geh weg. Ich schaue mal, ob die Besseren und Schlinige da kam bis zu. Dann muss man bis auf nichts. Und er will nicht. So. Static ist da. So. 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 Dann muss man ihn. So. Und da. So. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020